Willkommen zu diesem Video, wo wir uns mal in der Welt der Medien heute wieder mal ein paar News angucken wollen, die so in dieser Woche rausgekommen sind und wir schauen uns mal an, was da so hinter steckt. Das Ganze ist natürlich keine genaue Anleitung, das jetzt so umzusetzen. Da müsste man sich erstmal mit beschäftigen, ob das alles wirklich so stimmt und sich die Studien anschauen. Aber einfach nur mal, um euch vielleicht ein paar neue Ideen zu geben und zu zeigen, was da draußen so keucht und fleucht, möchte ich das einfach mal durchgehen. Und zwar ging es in dem ersten Artikel hier darum, warum Sprudelwasser dick macht. Das ist eine sehr interessante Sache eigentlich gewesen. Hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht. Und zwar geht es eben um die Kohlensäure, die eben bestimmte Hormone beeinflussen können, beziehungsweise das Kohlendioxid darin. Und es ist nun mal so generell, dass eben die Hormone somit der wichtigste Faktor sind, um eben Gewicht abzunehmen, Fett einzulagern und so weiter. Man kennt es, wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion hat, reagiert der Körper eben dementsprechend. Man nimmt eben schneller zu oder nicht schneller zu. Das heißt, dass ihr dann teilweise natürlich weniger oder mehr Kalorien essen könnt. Und ja, die Hormone sind eben sehr wichtig. Und für Leute, die eventuell mal Probleme damit haben, das Gewicht weiterhin zu verlieren, wenn sie das möchten, die können natürlich mal ausprobieren, einfach mal die Sprudelwasser-Sachen eben rauszulassen und eben Wasser zu trinken ohne Kohlensäure. Ob das Ganze natürlich stimmt oder nicht, das kann ich erst sagen, wenn ich diese Studie dann eben vielleicht mal durchgeschaut habe. Auf jeden Fall sollte es so sein, es wurde auch an Menschen getestet, irgendwie an 20 Studenten. Und es wurde eben nachgewiesen, dass es Einfluss hat, jedenfalls auf die Hormone. Also eine Idee, die man sich überlegen kann, das einfach mal ausprobieren. Ob es am Ende so stimmt oder nicht, kann ich natürlich jetzt nicht so sagen. Interessant aber auch, dass eben das Hungerhormon, also Grelin, hier auch andere Einflussfaktoren natürlich hat. Und zwar, dass es die Denkleistung zum Beispiel fördern soll. Ich meine, das kennt man eigentlich und das empfehle ich eigentlich auch, dass man nüchtern zum Beispiel Wettkämpfe macht, dass man dann eben auch Intermittent Fasting macht oder solche Sachen. Das kann natürlich positive Auswirkungen haben. Und das kann natürlich der Grund sein, warum man sich dann vielleicht ohne Frühstück eben nicht so schnell wieder müde fühlt und solche Sachen, dass dann eben die Hormone natürlich auch entsprechend angeregt werden. Also auch eine Sache, die man eben in der Hinsicht vielleicht mal im Hinterkopf behalten kann, wenn man eben einen Test hat am nächsten Morgen oder sowas, dass man dann nicht unbedingt ein fettes Frühstück isst, sondern eben dann eventuell ein bisschen nüchtern an den Start geht. Genauso wie bei Wettkämpfen erhöht nun mal eben auch solche Sachen wie Adrenalin und solche anderen Hormone, die dann eben dazu führen können, dass man sich eben wacher fühlt, dass man eben leistungsfähiger ist. Nun gut, weiter geht's. Und zwar für die ganzen NoFapper da draußen, die auf YouTube immer rumdiskutieren, die wollen ihren Testosteronspiegel erhöhen, um dann irgendwas dadurch zu erreichen. Keine Ahnung was. Meistens sind es keine Sportler, das sind dann irgendwelche Veganer, die in ihren Büdchen hocken. Warum die dann unbedingt so einen hohen Testosteronlevel haben wollen, keine Ahnung. Aber interessant auch diese Studie gewesen hier, dass Testosteron eben die Denkprozesse blockieren kann. Und ich glaube, das ist das Problem dieser Leute, dieser NoFapper, dass die einfach nicht mehr richtig denken können. Und dann, ja, ihr wollt euren Testosteronspiegel steigen. Und das ist leider nicht so gut für eure Denkprozesse. Ob das Ganze natürlich dann nachher auf jeden so anzuwenden ist oder nicht, weiß man natürlich nicht. Aber interessant auf jeden Fall mal durchzulesen. Vielleicht kennt man es, wenn man zu hohen Testosteronlevel hat, dann denkt man nicht großartig nach. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen. Auf jeden Fall hat natürlich auch das Hormon eben dann eine bestimmte Wirkung auf den Körper. Aber fand ich auf jeden Fall interessant, das mal im Hinterkopf zu behalten. Gerade für die NoFapper da draußen, die dann eben ihren Testosteronspiegel dadurch steigern wollen. Was natürlich generell totaler Quatsch ist. So, weiter. Koffein. Ein 16-Jähriger ist gestorben, weil er zu viel Koffein auf einmal getrunken hat. Das ist natürlich schon öfters passiert. Hat man in den Medien immer mal wieder gehört, dass Leute eben gestorben sind, weil sie zu viel Koffein zu sich genommen haben. Egal, ob jetzt aus Pulver oder nicht. Dieser junge Mann hat hier wohl innerhalb von zwei Stunden eben Kaffee Latte getrunken, Energy Drink und so Mountain Dew. Und ist dann anscheinend mit Herzrhythmusstörungen eben eingeliefert worden ins Krankenhaus. Und daran am Ende gestorben. Also es ist keine Koffein-Überdosis, wurde dann eben sofort umfälls quasi, sondern eben durch zu viel Koffein auf einmal hat er eben Herzrhythmusstörungen bekommen und ist daraufhin dann eben gestorben daran. Was hatte er dann an Koffein? So ungefähr, ich sag mal 500 Milligramm hatte er dann am Ende 450, 500 Milligramm. Und das ist natürlich schon eine Menge. Da sollten sich die Leute, die natürlich da immer solche Booster nehmen, dann noch irgendwelche, was weiß ich, eben Booster vielleicht noch mit einem Energy Drink zusammen mixen oder so. Dann wirklich mal überlegen, ob das Sinn macht, zu viel Koffein zu sich zu führen. Koffein hat eine leistungssteigernde Wirkung in geringen Dosen, weil wenn du zu viel davon nimmst, wie gesagt, kann es eben dazu führen, dass dein Körper total verrückt spielt. Der Puls ist sowieso dann erhöht. Es können dann natürlich irgendwann Herzrhythmusstörungen entstehen. Gerade eben bei Kindern, die sich dann eben sowas reinziehen, wenn die dann entsprechend wenig Gewicht auch noch auf die Waage bringen, kann das natürlich negative Folgen haben. Und dementsprechend sollte man damit auch vorsichtig sein. Weiterer interessanter Artikel ist eben, kein Salz ist auch keine Lösung. Genau das, was ich euch eben auch schon mal in einem Video gesagt habe, müsst ihr einfach mal gucken nach dem Salz-Video. Und zwar, worum geht es eben? Es geht immer noch um den Mythos, dass Salz eben den Blutdruck erhöht. Und es sind einfach nur Korrelationsstudien, die gemacht worden sind an Personen, die sowieso schon Bluthochdruck haben, krankhafterweise. Und dementsprechend wurden diese Leute auch nicht rausgerechnet. Wenn man die rausrechnen würde, würde man sehen, dass eine gesunde Person eben keinen erhöhten Blutdruck dadurch hat. Und das Ganze beruht eben auf solchen Sachen wie hier, dass Indianer, die wenig Salz aßen, gleichzeitig kaum an hohem Blutdruck litten und so weiter und so fort. Korrelation, wie gesagt, wenig Salz, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was man aber auch nicht berücksichtigt, dann ist, dass die eben gleichzeitig weniger Zucker und Fett zu sich nahmen, also sich auch noch viel bewegten und so weiter und so fort, nicht übergewichtig sind. Und da gibt es eben so viele Faktoren, aber es wird dann eben einfach immer gesagt, ach, hier ist ja eine Korrelation, also muss das so sein. Auch hier gab es Meta-Analysen, die eben verschiedene Sachen ausgewertet haben, die dann eben festgestellt haben, dass es wirklich kaum irgendeinen Einfluss hat, auch nur bei normalgewichtigen Leuten, die sich kaum bewegen und so weiter, dass eben Leute, die Bluthochdruck haben, dass die eben dadurch negative Effekte haben und Leute, die wirklich Bluthochdruck haben, damit Probleme haben, die sollten eventuell das Salz eben etwas reduzieren. Also auch verschiedene Meta-Analysen von mehr Studien kamen eben darauf, dass es keine eindeutigen Ergebnisse gibt, da muss man sich die Person eben selber anschauen. Zu wenig Salzkonsum sogar, der unter der Empfehlung der WHO liegt, soll sogar das Risiko für Infarkte und Schlaganfälle erhöhen. Tja, viel Spaß dabei, dann eben das Salz immer völlig rauszulassen aus der Ernährung. Ich sage auf jeden Fall, gerade natürlich auch Low Carb oder Ketogen, das Salz ruhig erhöhen, wenn ihr gesund seid und keinen Bluthochdruck habt. Das wird keine negativen Auswirkungen haben. Salz ist eben auch wichtig für eure Muskulatur, für die Nerven und so weiter. Also ihr werdet damit keine negativen Erfahrungen haben. Und den Blutdruck könnt ihr ja im Zweifelsfall immer noch jeden Tag einfach mal selber kontrollieren und könnt selber feststellen, ob das für euch eine negative Auswirkung hat oder nicht. So, nächstes, ein Artikel, wo ich euch wirklich mal sagen möchte, wie bekloppt die Redaktionen da draußen arbeiten. Hier, Diät, Obst macht Schlangen, sieben Abnehmen-Mythen von der Bunte. Was will man da auch großartig erwarten, wenn es um das Thema Ernährung geht? Also wenn man hier zum Beispiel durchschaut, ich meine, diese Bunte, die richtet sich nicht am Bodybuilder oder sowas, die richtet sich an normale Menschen da draußen. Hier geht es dann zum Beispiel darum, wer viel um den BMI heilt, dass eben Muskelmasse eben auch Gewicht mit sich bringt. Wer von der Bunte Lesern ist denn die ganze Zeit im Fitnessstudio und hat so extreme Muskelmasse, dass man das eben berücksichtigen kann. Also frage ich mich manchmal, wie man das dann so definieren kann. Ich denke mal, dass 99% der Bunte Leser, die einen hohen BMI haben, auch gleichzeitig einen höheren Körperfettanteil haben. Weiterhin, wenn du zu viel Obst isst, nimmst du ab. Hier außerdem enthält es Fruchtzucker, also Obst, das eben die Fettverbrennung hemmt. Jetzt muss man wissen, dass Obst eben kaum Einfluss hat auf die Blutzuckerkurve, dass Fruchtzucker natürlich in der Leber umgewandelt wird in Fett und dass natürlich die Glucose eher die Fettverbrennung hemmt und der hohe Blutzuckerspiegel dann. Also völlig falsche Aussagen, so ziemlich viel, ich hätte jetzt hier noch tausend Sachen sagen können, in diesen Sachen. Hier genauso. Andererseits, warum Kohlenhydrate eben nicht böse sind, andererseits verwendet euer Körper Carbs zum Muskelaufbau. Oh Gott. Ich möchte mal wissen, wie Kohlenhydrate in Muskelmasse umgewandelt werden. Also totaler Quatsch einerseits natürlich und hier auch euer Gehirn braucht sie, also kannst du so ruhig essen und so weiter. Natürlich totaler Quatsch. Also gerade der Satz hier, andererseits verwendet euer Körper Carbs zum Muskelaufbau. Oh Gott. So. Hier auch, Fett ist böse, deshalb setzt man auf mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Walnussöl, Leinöl, Rapsöl, ja genau, richtig Omega-6 auch reinhauen. Gerade aus den verarbeiteten Pflanzenölen. Richtig guter Tipp hier an der Stelle, anstatt mal die wirklich guten Fette eben zu, ranzuziehen, wie zum Beispiel Schweinefett oder sonst was. Also die gesättigten Fettsäuren lieber zu euch nehmen, als diese Empfehlungen hier zu folgen. Auch die Sache hier mit den Kohlenhydraten. Wann soll man die Kohlenhydrate essen? Abends nach dem Sport auf Kohlenhydrate verzichten und vermehrt Protein in Form von mageren Fleisch natürlich zu sich nehmen. Oder einfach ein Eiweißshake. Ja, auch eine tolle Empfehlung. Und dafür morgens aber Nutella-Brötchen essen. Richtig guter Tipp natürlich, gerade wenn morgens auch die Kortisol erhöht ist, also Stresshormonen, der Blutzuckerspiegel ist sowieso erhöht und dann nochmal Nutella-Brötchen morgens draufhauen, ist natürlich genau der richtige Tipp hier. Ja, vor allen Dingen. Also morgens am besten, wenn ihr frühstücken wollt, eher Kohlenhydrat-arm. Frühstücken die Kohlenhydrate könnt ihr euch dann mittags, wenn ihr wollt, reinziehen vor dem Training. Jedenfalls besser als morgens mit dem Cortisol-Level dann eben beim Frühstück. Und was haben wir hier noch? Ernste Wahn vor glutenfreier Ernährung. Das ist natürlich auch so eine geile Sache, die Leute machen sich Sorgen um Gluten, kaufen dann diese ganzen glutenfreien Produkte, wo dann eben überhaupt gar keine Ballaststoffe mehr enthalten sind und so weiter und so fort. Und das Ganze wird wahrscheinlich noch negativere Auswirkungen haben, als wenn man eben die ganz normalen Vollkornprodukte dann zu sich nimmt. Naja, aber die Welt ist bekloppt und die Welt möchte halt irgendwie ihr Geld loswerden. So, das einfach nur mal so als kleine News. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt so mal so ein paar neue, interessante Sachen aus der Welt der Ernährung gesehen, die so auch im Internet da fleuchen und kreuchen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir natürlich auch gerne Artikel schicken, drunter schreiben, ob euch noch weitere solche News-Videos interessieren. Wie gesagt, das sind keine Sachen, mit denen ich konform gehe. Das sind keine Sachen, die ich empfehle, sondern einfach nur Informationen mit neuen Sachen, die da draußen eben so herrschen. Ansonsten, Daumen nach oben natürlich, eure Kommentare unten rein, auch gerne Artikel unten reinschreiben in die Kommentare und dementsprechend war es das mit diesem Video. Bis dann.